Helene Fischer verletzte sich am 18. Juni während eines Konzerts in Hannover, der Auftritt wurde abgebrochen. Nun gibt es Neuigkeiten. Helene Fischer, Unfall und Konzertabbruch, erste Worte der Sängerin. Helene Fischer, 38, hatte ihren Fans einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Am Abend des 18. Juni wurde bekannt, dass sich die Schlager-Queen während eines Auftritts ihrer Rauschtour in der ZAG-Arena in Hannover verletzte hatte und das Konzert abgebrochen werden musste. Nur kurze Zeit später machten Videos von Augenzeugen im Netz die Runde, die den Unfall zeigten. Während der Performance ihres Songs wunden, wollte sich die 38-Jährige allem anscheinend nach eigentlich in der Luft in die Arme ihres Partners fallen lassen. Doch dann schlug sie offenbar nach mit dem Kopf oder der Nase gegen das Trapez. Die Wunde begann zu bluten. Schockierende Bilder für alle Anwesenden und auch die User im Netz. Traurige Nachricht für die Fans. Auftritt kann nicht nachgeholt werden. Vor wenigen Stunden meldete sich Helene Fischer dann mit emotionalen Zeilen zu dem Unfall und ihrem Gesundheitszustand zu Wort. Sie erklärte unter anderem, dass sie das Konzert am liebsten nicht abgebrochen hätte, jedoch aufgrund ihrer Verletzung letztlich keine andere Wahl gehabt hätte. Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt. Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch. Allerdings musste dann auch ich erkennen. Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden. Und es wurde auch kein Bruch oder sonstiges festgestellt. Vielen Dank an das tolle Ärzteteam. Ein ganz liebes Dankeschön auch unbedingt an mein eigenes Team. Für die sensationelle Erstversorgung. Ihr wart mein Hafen gestern. Und danke auch an alle Sanitäter. Innen. Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel. Außerdem sei ihr Herz schwer von gestern, von diesem abrupten Ende der Show. Denn es sei das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen. Traurige Worte, die zeigen dürften, wie sehr der Schlager-Queen der Konzertabbruch selbst zu schaffen machte. Doch was wird eigentlich aus dem abgebrochenen Auftritt? Wird das Konzert vielleicht nachgeholt? Die Antwort lautet, leider nicht. Der Veranstalter Live Nation GSA verkündete im Netz, dass ein Nachholen nicht möglich sei, die Tickets lediglich zurückgegeben werden könnten. Wichtige Info zum Helene Fischer Konzert in Hannover. Leider kann die abgebrochene Veranstaltung in der ZAG Arena nicht nachgeholt werden. Die Eintrittskarten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Nach der Sommerpause wird die Helene Fischer Tour im Herbst planmäßig fortgesetzt. Die Eintrittskarten können bei der ZAG Arena nicht nachgeholt werden.